Okay, hey Leute, heute zeige ich euch das AK Riddle. Das findet ihr unter dem Hauptmenü des AK Mini Labors unter Denken und Daddeln gleich hier oben. Nun finden wir rechts unter Einstellungen den Fragebereich. Und hier haben wir einige Themen zur Auswahl, die wir bearbeiten könnten, wie Atombau, Bindungen, chemische Begriffe. Heute wählen wir mal unsere Geräte. Wir nehmen mal eine normale Fragezeit und die nächste Frage nach Touch. Und damit das alles nicht zu lange dauert, machen wir mal nur 10 Fragen. Jetzt hier unten rechts können wir starten. Und los geht's. Hier rechts läuft Zeit nach Punkten und je länger wir brauchen, desto weniger Punkte bekommen wir. Und wenn wir zu lange brauchen, jetzt, dann wird es angezeigt zu spät. Darunter unsere Punkte, also in diesem Fall Minuspunkte. Und wenn wir etwas falsch machen, dann sagt er uns das auch. Lies mal ruhig die Frage vor. Und hier ist die Frage, wie heißt dieses Gerät? Und wir haben da eine Burette. Richtig, wir haben Plus. Hier sehen wir die Frage, wie nennt man dieses Gerät? Dann ist dieses Gerät gemeint. Immer zwei Halskolben. Du arbeitest dich ja langsam nach oben. Und dann haben wir noch dieses Gerät, ein Becherglas. Und je schneller man ist, umso mehr Punkte kriegt man. Und wenn wir jetzt etwas falsch machen, dann sieht man hier unten nochmal die richtige Antwort. Das wäre die Tiegelzange gewesen. Und hier oben sehen wir noch die Punkte, die wir insgesamt jetzt in dieser Runde gemacht haben. Und nun, sagen wir mal, der Name dieses Gerätes. Jetzt gibt es hier, wenn wir lange brauchen, immer noch Tipps. Und letzte Frage. Mal gucken, ob wir uns noch etwas nach oben arbeiten können. Was ist der Gerätname hiervon? Guck mal. Ich würde mal sagen, das ist ein Reagenzglas. So, nun sind wir fertig. Und wir sehen, wir haben 4 von 10 richtig gemacht. Und haben den 13. Platz gemacht. Naja. Würde noch besser gehen, aber ich würde sagen, zum Verständnis reicht. Und arbeitet man hier mit dem Teacher's Helper, bekommen alle Schüler auf die gleiche Frage. Und am Schluss ertönt dann halt nur auf dem Gerät des Siegers der Applaus. Und mit dem Teacher's Helper, die Stimmung im Raum ist natürlich viel besser. Denn da lässt sich das alles als Wettbewerb inszenieren. Und ist nicht nur so ein Einzelspiel wie hier. Der Film hat Ihnen einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten dieser App für das Üben und Vertiefen der Kenntnisse zu diesem Themenbereich vermittelt. Sie können sich aber auch selbst intensiv mit der App beschäftigen. Rufen Sie dazu www.kappenberg.com ab. Für Chemielehrer gibt es eine zusätzliche Möglichkeit, mit der App zu arbeiten. Mit dem Teacher's Helper. Mit dem kann man ganz einfach ein Chemieraum eigenes WLAN aufbauen. Der Lehrer kann mit dem Teacher's Helper die Aufgabe und sogar den Schwierigkeitsgrad vorgeben. Und die Schüler können mit ihren Smartphones oder Tablets diese bearbeiten. Das ist die beiden Figuren. Das war immer wiederher. Punkt. Vielen Dank.